ich konnte akzeptieren ja da hat er uns wieder rausgeschmissen das ist doch die neue warteliste doch verpackt irgendwie auch um hat der schippen schiff meine warte der warte Was ist das denn? Oh, guck mal hier, unser Wähler da. Ja, der hat Schildsystemschaden, der wird gleich platzen wie eine Flunder. Ja, der Wähler, guck mal wie der beschädigt ist. Ah, toll. Na, das ist echt sehr toll. Ja, 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 das ist echt sehr toll. Gut, da ist der drüben. Ja, das ist echt sehr toll. Ja, das ist echt sehr toll. Ja, das ist echt sehr toll. Ja, das ist echt toll. Das ist echt sehr toll. Ja, das ist echt 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 toll. Das ist echt toll. Ja, das ist echt toll. Ja, das ist echt toll. Ja, das ist toll. Ja, das ist echt toll. Ja, das ist echt toll. Ja. das dauert immer ein bisschen lange das können wir eigentlich mal abändern dass wenn du es soll erfüllt hast dass dann der counter genau so dadurch wird hier ziemlich langweilig die mission dann da haben sie noch die ist intro vergessen hier geht es einmal los jetzt ich kümmere mich ich machst du ab ist schon dabei ich auch ja wo ist du da drüben jetzt hin machen wir schießen jetzt auf die london ich habe ihn ausgeschaltet das ging aber razzifaz die ich hatte hier gerade noch eine jetzt habe ich noch mal das punkt abwärtsystem ist bereit